Willkommen zum Kyokushinkai Home Training. Mai, Chuzoku, Kyage. Kyage bezeichnet man alle diese Beintechniken, wo das Knie durchgestreckt ist. Also gestreckte Beintechniken. Mai heißt gerade und Chuzoku Fußball. Ich zeige es von der Seite. Es geht also darum, die hintere Beine gestreckt, gerade nach oben, eintechnik auszuführen. Und dabei den Zehn Bein anzuziehen. Mai, Chuzoku, Kyage. Ichi, Ni, Sam, Shi, Go. Mai, Chuzoku, Kyage. Ichi, Ni, Sam, Shi, Go. Inge, Ichi, Ni. Mai, Chuzoku, Kyage. Ichi, Ni, Sam, Shi, Go. Ichi, Ni, Sam, Shi. Ichi, Ni, Sam, Shi, Go.